Untertitelung des ZDF, 2020 Das kann man vielseitig als Beilage servieren zu verschiedenen Gerichten. Wie hier mit Wasser abgelöscht wird. So, und die lassen wir jetzt schön vor sich hier schmuggeln, bis sie richtig schön weich sind. Und nachher in dem Zucker schön karamellisieren, dann glänzen die ja wunderbar nachher.